Herzlich willkommen zum Business-Track hier bei der SKW. Herr Hagemeyer, wo sind wir? Hier ist er. Herzlichen Dank, dass wir heute hier sein dürfen und Sie merken an dem doch sehr zahlreichen Zuspruch der Besucher, dass das was ganz Besonderes ist. Ich glaube, wir haben alle schon mal Büroräume gesehen, wir sind überall schon mal in Verwaltungsbezweigen gewesen, aber so ein Ambiente hatten wir bisher noch nie und alle haben auch schon interessiert, wir gucken da hinten und da und man hört ja auch da unten. Wir einrichten können, ja ich könnte jetzt alles wiederholen, was der erste Bürger der Stadt so sagt, was er so schön gesagt hat, aber ich freue mich auch, dass so viele zahlreich erschienen sind hier heute Morgen und dass wir gleich auch eine Baggerfahrt hier mal durch das Kieswerk machen können. Und dass Sie uns zuschreiben, wir könnten das Wetter beeinflussen, das wünschen wir uns manchmal, aber wenn Sie den Rhein runter und hoch gucken, dann merken Sie, dass wir das nicht können, denn wir haben, da wo wir ursprünglich als Unternehmen herkommen, nämlich vom unteren Niederrhein, da haben wir doch erhebliche Probleme im Moment überhaupt mit Schiffen noch Material wegzufahren, also wenn ich das mal aufgreife, leider können wir das nicht. Das ist auch eine Besonderheit, man sieht im Hintergrund auch noch dieses komische, das ist gelb, das heißt gar nicht, das ist ein Schimpfenlauchwagger. Das ist auch ein Schimpfen, das Deep House飯, der Meaning im Unit, der